In diesem Video spreche ich über Künstliche Intelligenz, KI. Ich erkläre, was KI ist und wie sie mir das Schreiben von Texten erleichtert. Künstliche Intelligenz ist ein System oder Programm, das Aufgaben erledigen kann, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern, wie zum Beispiel das Verstehen von Sprache, das Treffen von Entscheidungen oder das Lösen von Problemen. KI lernt aus Daten und wird dadurch mit der Zeit besser und genauer. Sie wird heute in vielen Bereichen eingesetzt. Man kann KI beispielsweise nutzen, um Texte zu schreiben oder zu korrigieren, Bilder zu analysieren und zu generieren, Sprache in Text umzuwandeln oder umgekehrt und sogar um Empfehlungen für Musik oder Filme zu erhalten. Für Menschen mit infantiler Cerebralparese, ICP, kann Künstliche Intelligenz im Alltag eine große Unterstützung sein. Sprachassistenten ermöglichen es, Geräte im Haushalt, wie Licht, Heizung oder den Fernseher, allein durch Sprachbefehle zu steuern. Diese Funktion ist besonders hilfreich für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, da sie ihre Umgebung komfortabel und unabhängig bedienen können. Allerdings ist diese Steuerung, Stand Oktober 2024, für Menschen wie mich, die eine Sprachbehinderung haben, oft schwierig, da es uns schwerfällt, deutlich zu sprechen. Dennoch bietet KI für Menschen mit ICP insgesamt mehr Selbstständigkeit und eine spürbare Erleichterung im Alltag. Ein Beispiel dafür, wie mir die KI-Chat-GPT beim Schreiben helfen kann, wäre, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht an meine Assistenzkräfte verfassen möchte. Oft weiß ich nicht genau, wie ich etwas formulieren soll. Ich könnte der KI einfach sagen, schreibe eine freundliche WhatsApp-Nachricht, in der ich meine Wertschätzung ausdrücke und erkläre, wie wichtig ihre Unterstützung für mein selbstbestimmtes Leben ist. Die KI könnte dann eine Nachricht wie diese generieren. Liebe Assistenzkräfte, ich möchte euch einfach mal kurz sagen, wie sehr ich eure Unterstützung schätze. Ohne euch wäre ein selbstbestimmtes Leben für mich nicht möglich und dafür bin ich unendlich dankbar. Ihr macht es mir möglich, meinen Alltag so zu gestalten, wie ich es mir wünsche. Und das ist ein großes Geschenk. Mir ist auch wichtig, dass es euch gut geht und ihr ausgeruht seid. Wenn ihr zum Dienst kommt, das bringt nicht nur mir, sondern auch euch mehr Energie und Freude. Danke, dass ihr da seid. Liebe Grüße, Bernd. Solche Hilfen sind besonders praktisch, wenn es mir schwerfällt, die passenden Worte zu finden oder wenn ich schneller eine Nachricht verfassen möchte. Natürlich lese ich den Text, den die KI geschrieben hat, genau durch und passe ihn gegebenenfalls an. Ich lasse ChatGPT auch meine selbstgeschriebenen Texte korrigieren und sie für meine Videos ins Englische übersetzen. So kann ich an einem Tag ein komplettes Video produzieren. Früher habe ich dafür mehrere Tage benötigt. In den nächsten Wochen werde ich weitere Videos veröffentlichen, die sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz und Körperbehinderung beschäftigen. .